Hat funktioniert? Hat funktioniert, oder? Ich hoffe, es sind alle drin. Schön überspringen, Leute. Ich kann nicht sehen, wenn ich zum EP fahre. Aber nicht solche Büxen. Okay, bei dir vielleicht. Ich sehe da keinen Lotus. Nee, es reicht ja. Büxen sind ja bloß fehlzündig. Achso. Das meinst du? Jetzt geht's mit dem Auto, so. So, da ist direkt meine Verfolgungsjagd. Also Heat 3 soll da ich drin sein auf dem Rennen. Oh, oh. Wow. Sorry. Irgendwo war der Cop dazwischen und der ist gestorben. Irgendwo habe ich jemanden dezent rausgedrängt. Ich glaube, das war Killer. Nein. Sorry, Baphomet. Ey, warum haben wir kurz Platz? Hier geht's grad heiß her, Alter. Oh nein, nein, nein. Hier ist voll steil. Warum booste ich denn? Oh, zu gut bremst der Sand so gut. Die Sandbremse ist einfach göttlich. Aber wer schiebt mich denn hier? Ja. Felix, lass das. Schieb mich nicht raus. Ich hab ihn bloß angeschoben auf gerade Strecke. Ja, kurz, also nicht weit weg von der Kurve. Das war schon eklig, weil ich dadurch nicht in meine Linie reinfahren sollte. Also, so ab 300 wäre das ja alles bisschen intensiver und actiongeladener. Ja. Vor allen Dingen bei den grellen Lichtern hier, Alter. Ich hab... Ich krieg gleich einen Epidemi-Anfall. Ja, hoffentlich nicht. Das wär... Wir müssen dann schnell zu dir rennen und irgendwie dafür sorgen, dass du dich... Ja, Fahrrad dann wahrscheinlich das schnellste an der Stelle. Oh, ey. Machen die die Straße komplett... Uiuiuiuiuiui. Die Straße ist auch super schmal für so schnell fahren, ne? Ja. Wow, wow, wow. Nein. Mann. Jetzt boosten wir mal durch. Ich muss mich an der Handgelenk kratzen, weil ich kann grad... Oh, noch 500 Meter. Ja. Ja, das krieg ich dann wohl nicht den ersten Platz. Damn. Ohohoho. Der LKW war knapp. Also... Was? Direkt vor mir spawnt ne Bullenkarre ist. Muuu. Übergang. High Heat-Fremd freigeschaltet. Ich bin Heat 3. Wo ist ein High Heat drin? Ich glaub aber nur ich bezahl den... den Eintritt. Wir können jetzt gucken, wer fehlt. Wahrscheinlich Killer, weil er ja noch am... am Verfolgungsjagdmachen war. Nee, er hat gesagt, ich kann machen. Okay. Na gut, dann... Keine Ahnung. Killer so dabei. Baphomet fehlt. Achso, hat Baphomet sich verabschiedet? Naja, aber der... Aber der hat halt nix gesagt. Ja, der hat vorhin das geschrieben sogar. Guck mir jetzt, Light Baphomet. Ach, vielleicht war er in der Garage und wollte gar nicht. Hä, bitte! Das hab ich verkackt. Ich kenne doch nicht so ein komisches Scam-Ding, danke. Man hilft nicht, wo man kann. Oh! 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 Ich will euch kein Scham kriegen, weil ich in euch reingefahren bin. Oder Polizei? Ja, Polizei ist da! Und Haufen Autos, ey! Baphomet kanns grad nicht lesen. Ja, komm! Zieh vorbei! Ich komme schon wieder. Ey! Mich wollen die grad irgendwie gar nicht. Mich wollen die nicht. Ich glaub, die sind dann bei Keks oder vorne. Ah! Voll versammelt. Hallo Polizei! Oh! 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 Ich sollte vielleicht bisschen mehr auf die Strecke achten. Oh! Ich sollte vielleicht bisschen mehr auf die Strecke achten. Ist wieder da, Shrikes. Herzlich willkommen zurück. Wir sind grad bei nem richtig fetten Rennen hier. Hier gehts um alles. Die ganze Nacht. Alles läuft im Spiel. Oh Gott! Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass du wieder so reinschloterst. Alter! Was macht denn die Polizei hier? Die geht ja komplett amoklaufen. Boah! Die gehen echt amoklaufen. Die kommen voll einfach entgegen. Ich mach einfach reiskalt. Die Kamikaze-Technik. Oh! Ich bin willkommen angeblich. Wahrscheinlich nicht lange. Ich bring' einen kleinen Pocker. Ja! Hier stehen einfach Autos vor. Okay. Im Ziel sind wir. Wir haben sowas nicht gewonnen. Also nur das bedeutet. Mal sehen. 10.000 Rap gab's trotzdem. Was? Wie? Keks ist dritter Platz geworden. Das ist ein neues Teil erhalten. Trotzdem. Also Teile gibt's trotzdem. Nice. So ich muss noch alles loswerden. Ich würde jetzt abgeben gehen. Weil das ist echt viel Rap. Also versuch loszuwerden. Und dann... Oh! Ich bin bei dir. Und ich hab Polen hinter mir. Oh! Ja! Ganz zu helfen. Ich bin fast kaputt. Bei wem bin ich denn da grad vorbeigejudelt? Ich bin auch grad fast im Arsch. Jetzt bin ich im Arsch. Ich... Entschuldigung. Wie kann ich die vor dir zum Ausweichen zwingen? Ja, nein. Also danke. Ich wollte doch nicht langsamer werden, um die auf dem Arsch zu hauen. Nein. Sorry. Alter, hier geht's ab. Alter. Oh, jetzt werde ich hier auch eingekreist. Mach mal nicht. Mach hin, ich bleibe. Ich bleibe? Was heißt, ich bleibe? Ja, wahrscheinlich im Nachtmoll ist erstmal ohne in die Garage zu weg. Achso. Oh, da kommt ein Rhino. Ich bin... Heap 5. Ähm. Yo. Oh, ernsthaft jetzt? Geil, ich bin ein Con. Das würd ich auch gern machen. Aber die überholen mich nicht genug. Geil. Ich hab grad... Hm. Was mach ich hier? Mit den Pullen jetzt. Rhino nähert sich. Danke schön für den Rhino. Der könnte mir im Zweifel die Polizei vom Arsch hauen. Aber leider nicht. Ja dann, Besucher, Marte. Oh, hier zu fahren. Also, ich hab's gesichert. Ich nicht. Ich kann euch gleich helfen, wenn ich hier... Oh, das ist grad keine gute Idee. Oh, das sieht grad ein bisschen gut aus. Könnt ich jetzt entkommen? Ja, bei mir lohnt sich's noch nicht. Ich bin erst T2. Wissen du, erst T2? Achso, warte vorhin. Vorhin zwischendurch. Ja, okay. Oh, Helikopter. Ja, okay. Das machen sie wirklich ernst bei mir. Hallo. Hallo. Kannst du den Helikopter abschießen? So ein Raketenwerfer ist ganz praktisch. Oder einfach reinspringen oder so. Würde ich auch nehmen. Das gibt bestimmt noch Teufel, wenn du das machst, wa? Die sind nicht armer. Halt bitte. Macht mal nicht. Hohohoho. Straßensperre und direkt dahinter der Rhino ist aber fies. Das ist okay, aber ich hab trotzdem ein Helikopter über mir. Das hilft mir nicht so wahnsinnig viel aktuell. Ja. Tatsächlich. Ich war's jetzt geradeaus lang. Welche war's geradeaus? Ja, jetzt rechts. Das ist schon klar. Ich bin doch sowieso gerade am Entkommen. Aber danke. Ne, ich bin nicht mehr am Entkommen. Schlecht gebremst. Folge jetzt einfach meinen Instruktionen. Es kommt gleich eine Tankstelle, wenn ich dich da weiterleite. Ich brauch keine Tankstelle. Aber danke. Okay. Und dir kommt gleich ein Bulle entgegen. Ja, das ist leider ein Problem, weil ich gerade am Entkommen bin. Entkommen und nicht mehr entkommen. Komm weiter. Oder? Doch. Zählt noch, wenn ich komm? Komm weiter. Komm schon geradeaus. Und dann kommt jetzt gleich ... Zu irgendwo ne. ... in der Hand der Containerpark. Und rutsch rein und ... ... in die Spiegelchen. Hä? Hier ist doch gar keine ... Ich hab die los. Ich brauch allerdings tatsächlich eine Garage. Ja, dann ... Ah, da vorne die Garage. Ich seh es schon. Ich bin doch gerade keine Bullerei bei dir. Das ist safe. Jetzt ist noch jemand von uns unterwegs. Äh ... Chris ... äh ... Killer Keks, wenn wir noch unterwegs sind. Ich seh, die hat auch noch Freunde. Meine Wenigkeit. Ich hab da so ganz viele Freunde. Ähm ... Bleib auf der Karten. Das gibt jetzt richtig Cash in Detach. Bleib auf der Karten. Und jetzt links. Gleich nicht hoch zum Containerpark. 230.000. Ja ... Sechs Level hoch. Zack, weiter auf der Straße bleiben. Geradeaus.